Ich war ein echter, guter Zwergenspieler. Ich hab so lange geschlafen, bis ich zum Kampf kam. Ich guck jetzt ein Thema. Wir sind in dieeeep Trouble. Hm. Äh, deep shit. Ja. Immer ne Runde. Ist später. Naja. Aber denk dran, wieder auffüllen, wenn du es zurück gibst. Ich bin schon da. Ich habe einen Goldbein gefunden. Ich habe einen Goldbein gefunden. Ich habe ein Bier. Ein Bierbierchen. Ein Bierbierchen. Das finde ich exquisit. Was hab ich denn da? Ah, Cropper habe ich eingesammelt. Okay. Ich nehme der Herr B aus D an der D immer so recht, dass du an dem Blümchen vorbeiläufst, muss ich sie auch nicht nehmen. Ja, er sagt es, aber mittlerweile finde ich Bär hinter euch. An welchem Fluss liegt das D? An D. Okay. Auch. Ja. Ja. Aber jetzt nicht der erste Fluss, der mir dazu eingefallen wäre. Ja, aber danach ist der Ort benannt. Richtig. Sehr tief, aber... Naja, das eine ist ja eher... Nehmen wir es... Also großzügig gesagt ist es ein Fluss, ja. Es fließt Wasser, sagen wir mal so. Hey. Und richtig. Für alle Leute, die wissen, was es ist, ist es Donau-Hört. Ganz klar. Das ist sofort der erste Ort, an den ich gedacht habe. Bei einem Fluss mit dem. Ich habe den Hexer-Wing-Niffer. Ich bin so ein schlechter Mann. Ich bin ein Bad-Guy? Okay. Ja, ich bin ein Bad-Guy. Dann bin ich ein Zierer gefallen. Ich muss sogar so weit gehen, wenn ich so ein Bär ist. Du wolltest du Level 79 fassen. Wo habe ich Level 79? Borderlands? Bitte. 82. Sie ist Level. Ja, Max-Level. Oder? Ja. Ja. Wer denn bitte nicht? Ja, meiner Mann-Charakter nicht. Ich habe nochmal angefangen und habe denselben gespielt wie der Otter. Hm. Ich spiele denselben Charakter nochmal. Dass er noch ganz andere Pets haben kann, die der Otter nicht benutzt. Ja. Du kannst ja immer nur eins haben. Ja, du kannst dich aber wechseln. Ja. Aber wenn ich das tun soll, ich habe mir einen Pad ausgesucht und das wollte ich haben. Ja, aber die anderen sind auch je nach Gegner deutlich besser. Ja. Was aber völlig wumpe ist, wenn du einen Blackie hast von der Gegner, egal. Ja. Hä? Nee. Bei mir beschwert er euch, wenn ich den Roboter nicht benutze. Ja. Der, der ist auch recht cool. Ja, aber den muss ich ja nicht benutzen. Ich hatte ja einen Blackie. Hmhm. Also ob das der Grund gewesen wäre, vom Blackie ausrede. Ja, 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 ja. Obwohl wir gerade im Klima sind. Oh, da hab ich auch mal kurz. Der ist nämlich cool. Wir haben da da noch ein Borderlands. Ja, das habt ihr schon noch. Das stimmt da. Ja, mit dir redet ja jetzt keiner mehr. Kick mal Borderlands. Kick mal Borderlands. Winzige. Teeny, Tiny, 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 Tiny. Da geht es um das Welten Simulator. Genau. Borderlands, der Welten Simulator. Ich kann mir schon vorstellen, was da passiert. Irgendeine Waffe verschießt Welten. Es gibt bei Borderlands 2 gibt es eine Waffe verschießt Schwerter. Das ist lustig. Ja, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es in dem Fall Waffen gibt, die Welten verschießt. Ja, bestimmt. Nein. Explodierende Welten. Ja. Ich will nichts sagen, aber ich hab mich verlaufen. Hey, ich auch. Und ich will jetzt nicht sagen, dass mich das überrascht. Ich weiß, dass es mich tut. Ich verstehe immer nur, wer ich mich. Ja, ja. Du musst dabei bleiben. Die Streams werden irgendwann sehr, sehr süß. Also die Spiele offensichtlich. Keine Ahnung. Also ich bin ja immer noch für Tiny Teen aus Wonderland. Selbst auf der Wishlist, wenn es mal billig ist. Mhm. Wieso? Wieso nicht? Es teilt auf Goldpreis. Das ist das Spiel allemal wert. Epic. Und? Epic. Sorry. Was? Ja. Die haben nicht mal Bananen. Oh nein. Falsches Plan. China ist wahrlich nicht für Bananen bekannt. Ja, das ist das erste, was mir einfällt. Ja. Achtung, der Welten-Schießer hat wieder geschießt. Geschießt mit riesigen Welten. Ja. Und auf einer ist da so ein... Okay. Das Kaffee hat uns vorbeigeflogen. Ja. Ich weiß auch, es gibt es auch den Weltenzerstörer. Den Weltenzerstörer. Ich habe am Wochenende das Handbuch der imperiale Kommandante gelesen. Auch sehr schön. Das ist cool. Satz, ruf doch mal Molly. Bei den Großen. Donkey, komm her. Turning up the heat. Hol. Hol, Otter. Ja. Wow. Ah. Jetzt gebe ich um und bin von so einem Explodierern umzingelt. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Timber! Was ist das Feuer? Naja, ich bin jetzt noch weiter unten. Ja, ich habe gemerkt, es ist runtergefallen. Gefallen oder gespedient? Ja. Gefallen. Ich will nicht sagen, ich bin am Arsch schlattet, aber ich kann ihn sehen. Oh, Explodiers. Massive Mengen. Ich habe mal einer von euch bei 10. was du so massiv nennst. Äh, was? Ich sagte nicht gefährliche Mengen, ich sagte massive Mengen. Ich kann ja nichts dafür, wenn du so eine flette Überwaffe hast. Und dich von nichts mehr beeindrucken lässt. Was? Ich lasse mich doch nicht durch nichts beeindrucken. Ich sage nur, dass ich nicht beeindruckt bin. Stimmt einfach nur, ich lüge also. Ja. Dann behaupte ich sofort das Gegenteil und sage, du bist von allem beeindruckt. Das beeindruckt mich jetzt auch nicht. Ah, ich sehe wieder eure Explosionen. Immerhin. Ja. Toll. Was passiert da? Was passiert da? Und er sieht eine Explosionen? Hi. Ah. Ah. Da kommt einer. Du hast angefangen. Okay. Ich fange nicht an, ich beende es. Na toll, jetzt gibt es 10 Erdbeben wegen dir. Ich habe gepupst. Oh, ich glaube da explodiert vielleicht was. Oh ja. Was ist das? Ich glaube Dex ist gefallen. Hier lag doch irgendwo Body rum. Komm her. Oh ja. Du, da waren explodierende Viecher. Mich haben sie nicht beeindruckt. Übrigens, das passiert, wenn man versucht mich einzufrosten. Ich froste nix. Ich gehe doch nicht mit dir. Otto, komm schnell. Die beiden mögen sich. Ja, wenn ich nicht möchte wie, dann würde ich das tun. Wie? Schneller. Ja. Ich habe auch den Bolli gerufen. Hol. Theoretisch könntest du dich den, äh, den Meteorkrater hoch zu bedienen. Ne, das geht nicht. Okay. Das habe ich schon versucht. Okay. Shit. Hey. Der hat meinen Viecher zerstört. Oh, guck mal. Süß. Na, guck an. Gleich beschwert sich einer, dass er Munition braucht. So. Jetzt sind wir alle wieder zusammen und haben die Mission immer noch nicht geschafft. Bestes Team. Blacky. Machst du mehr? Hier eine lustige Plattform. Ja. Mit Clowns Gesicht, bitte. Moment, Clowns Gesicht. Okay. 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 Ich habe noch nicht mehr Zucker gebrannt, als sie noch gebeten haben. Ja, praktisch. Nach der Welle nochmal. Ja, praktisch. Okay. Okay. Aktisch. Erst werde ich dann Zucker. Oh 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 jetzt kommst du zu spät, dann liegst du dich wieder hin ja ist das hier nicht der Satz-Muletter? nee der Fallen just die already gut, wollen wir jetzt wieder losgehen und morgen zu? wieso, wir haben doch schon 10 ok, dann ruf den Dropboard aber ich ruf mal Punition haben wir genügend? nein, haben wir nicht damit ihr euch besser fühlt, wir haben schon 29 ja, dann ruf den Dropboard im Deck steht jemand, du bist denn dort noch da? oder? ja ja er ist da wo findest du? ja platform ist da noch was? nein, glaub nicht ok ich muss nur ein bisschen pflanzen, was aussieht wie morgen heute dann gehen wir doch mal wieder in die Hülle rein und gucken oh 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 Das will teach you! Okay, ich habe eine Party hier. Klar, Blackie hat sie gefunden. Der eine ist noch Steve. Oh, da ist der Astro! Autsch! Autsch! Tief! Und hinter dem Astroid geht es weiter, alles klar! Am Arsch vom Horizont oder so. Ich war da auch schon, okay. Der Blackie tut sich das freiwillig an. Sollte man öfters mal sagen. Ich höre noch irgendwo so Flo. Sehen aber nicht. Ich habe eine Plattform gemacht. Ich habe echt keine Ahnung, wo es hier weiter geht. Vielleicht laufe ich einfach mal dahin, wo Dex ist. Geht mich! Hier ist Morkai. Hat sich aus Versehen einen Schuss gelöst? Korrekt. Ich hatte nämlich nicht meinen Sibity in der Hand. Mhm. Ich habe versucht mit meiner Standardwaffe zu Sibityen. Reuler Alarm. Es hat nicht funktioniert. Das überraschend geht es weiter. Da blecke ich jetzt noch ein bisschen Zucker. Okay.